jo liebe leute was geht aus der onkel zock hier am stadt heute zeige ich euch ein gemodeten rennen es macht wirklich viel viel spaß leute und dieses rennen hat wirklich eine sehr gute bewertung erhalten von den ganzen spielern die das schon bereits gezockt haben und zwar das etwa 84 prozent also ist das gerade nicht so schlecht und anscheinend haben so viele leute dieses spiel gemocht und einen daumen nach oben gegeben für die spiel und mir persönlich hat es auch sehr viel spaß gemacht leute ich habe mit einem weiteren abonnenten hier gezockt und das hat wirklich spaß gemacht leute worum geht es hier in diesem rennen und zwar nicht so wie ihr jetzt am anfang denkt hier schön durch die straße rumcruisen nein leute ihr werdet auch hier eine kleine herausforderung kriegen und zwar im gelände ihr wird auch im gelände rumcruisen und müsst euch da voran bewegen es hat wirklich leute mir persönlich spaß gemacht und deshalb habe ich direkt drei runden eingestellt wir haben hier drei runden gezockt ich war leider der zweite aber egal leute ihr kennt ja noch gezocker ich sage immer das wichtigste ist dran im spiel muss es spaß machen leute und nicht nur gewinnen es soll aus ja wie soll ich sagen es soll einfach nur spaß machen gewinnen ist eine andere sache spaß machen ist ja auch eine andere sache natürlich wenn man diese zwei sachen im spiel erreicht ist das natürlich sehr schön aber ist auch nicht schlimm wenn man verliert so was wollte ich dazu sagen leute ich bin als zweiter an ziel gekommen und habe bei drei runden also wir haben drei rum gespielt und ich bin als zweiter reinkommen und ich habe 7780 dollar bekommen und der erste also der gewonnen hatte also der abonnent hat 11.200 dollar bekommen und natürlich haben wir noch etwas rp bekommen deshalb jetzt gerade leider nicht in meinem kopf abgespeichert wie viele es noch waren aber leute spielt das doch ihr könnt in die video beschreibung reinschauen ich habe für die playstation 4 auf jeden fall einen link gefunden weil ich ja selber generell nur auf der plästisch viel zocke und für die plästischen drei xbox one xbox 360 werde ich schauen ob ich auch denselben link finden werde also denselben link zu diesem rennen hier falls nicht macht euch bitte keine sorgen leute denn ich will euch nicht alleine lassen ich werde auch einen alternativen link finden eine alternativen gemuten rennen der auch neu ist also nicht irgendwelche rennen die ein jahr anderthalb jahre alt sind nein macht euch keine sorge ihr könnt auf mich verlassen der onkel zocker macht das schon und sonst hat dir das video gefallen würde ich mich sehr freuen leute über einen daumen hoch und lasst doch gerne einen kommentar da wie findest du dieses rennen ich würde mich sehr freuen und erzählt mir soll ich in zukunft weitere real life stories erzählen oder auch nachrichten news die so mich persönlich bewegt haben darüber mal zu erzählen ich würde mich sehr freuen euer onkel zocker bedankt sich und wünscht 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 euch dann noch einen angenehmen tag euer onkelzucker brrrr yeah ja 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 ja